hallo liebe zuschauer ja im jahr 1994 malte ich dieses bildmalermodell zeige mir dann nicht an der ledera die ringschirmtante ist das malte ich vor 18 jahren da war ich noch jünger 18 jahren das ist natürlich und hier das ist jetzt ein druck davon von dem original und das mache ich zum originell indem ich etwas hinzumale und zwar werde ich da in diesem bildchen eine veränderung hinzumalen wird dass die das original originell nummer zwei weit ist die nummer eins habe ich einem quiz zur verfügung gestellt ist in der zeitung beim wochenblatt demnächst lesen könnt und jetzt machen wir mal